News von Hallo Meinung Ja, vor dem Bundestag. Alles Hybrid. Alles neue Autos. Ja, schon schön mitzuerleben, was alles mit unserem Geld so angestellt wird. Schaut es euch nochmal an. Toll, ne? Direkt in Berlin, vor dem Bundestag. Schau mal, neue Audis, neue Fünfer BMW. Naja, aber wie gesagt, wir zahlen es ja ohne Morren. Spielt ja keine Rolle. Spielt alles keine Rolle. Schauen wir mal hier, was wir hier haben. Meine lieben, deutscher Bundestag, Paul-Löbe-Haus. Jawohl, wenn ich euch sage, was hier verbaut ist, an Glas und an sonstigem Prunk, Geld spielt keine Rolle. Warum auch? Wir zahlen es ja. Alles neue BMWs. Alles mit normalen Verbrennungsmotoren. Aber ihr seid verdonnert, was ihr fahren sollt. Tolles Bild, ne? News von Hallo Meinung.